so gefechtssieg so die ziehen sich zurück und hi fans willkommen zurück zur nächsten folge ich habe gerade eben gesagt ich habe gekattet und da sind wir gleich wieder die artillerieeinheit die ich auf monte casino schicken wollte ihr habt gerade gesehen wird von einer mechanisierten einheit angegriffen bleibt mir natürlich nichts anderes zu tun schlacht beginn so und wir haben die verteidigungsdämpfe ich habe kein benzin scheiße da finde ich jetzt bei sowas finde ich jetzt die medizinische umwandlung vierlingsflag ich brauche die vierlingsflag das ist jetzt ein bisschen blöd hier unten haben die ding so war mal das problem ist jetzt aber da die von da angreifen werden die wahrscheinlich ich würde mal fast vermuten die greifen von da an ich würde fast vermuten die kumpf unter uns sind soppers die sandbags die vermuten die 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 hey verdammt die kommen doch von hier oben teilweise es gibt es Los geht's, los geht's! Komm schon! Komm schon! Los geht's, los geht's! Er wird die Instruktion, Sir! Ja? Violent B's! Auf die Tube! Ready, round! What the hell? Interact 14-J! Interact 14-J! The enemy have killed a mortar crew. We're heading to the location. Grenade on that target! Go, go! Safford! Eager as will ever be! Rifle-Section ready! You wankers will march! We can go! Stimmt, ich kann ja eigentlich direkt machen. We have heavy mortar support. Ich hätte ja direkt einen Mörfer holen können. We've lost communication with one of our squads. Gurker Rifle-Section ready and waiting. Driver! We can go! Our reinforcements are here, men! Let's make sure they get a piece of the action too! Pay attention! Our reinforcements are here, men! Let's make sure they get a piece of the action too! The white machine gun is on the way! I don't want to go! I don't want to go! Come on! Six pounder weight! Open fire! All targets! All targets! Let's go! 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 Das ist der 60.000, was du so gut gehst. Wir können diesen typischen Feuer nehmen. Valentine, relocate ihn. 60.000, das ist genug. Du ordnst dich. Ich will diesen Kreuz zurück fallen. Hätte ich das vorher gewusst, weißt du? Nein, wir gehen, bitte. Ich meine, wir haben immerhin die Ding gehalten. Hätte ich das von vorher gewusst, dass die Ding... Ah, Mann, ich habe gedacht, so der Mörser. Aber nein, weißt du, ich habe wieder zu spät reagiert. Ich hätte ja die Dinge, ich hätte gleich von Anfang an einen Mörser holen können. So. Bäm, das war's. So, schon irgendwo Angriffe. Da ist unsere Luftwaffeneinheit, die sich irgendwo hin verzieht. Die Panzereinheit zieht sich zurück. So. Die wollen da rüber, die Mechanisierten. Commander, die Monte Cassino bombing operation has been confirmed. If we're gonna act, we need to do it now. Agreed. We must do everything we can to avoid this tragedy. General, ein US-Kaptain has been caught attempting to steal a reconnaissance plane from one of our airfields. He claims to have been acting on your orders. Would you care to explain what's going on? It's nothing you need to be concerned about, General. I'll deal with the Captain. We must do it now. We must do it now. So. We must do it now. We must do it now. So. Die sind jetzt auf jeden Fall in Schlagreichweite für Ding. Das heißt, jetzt machen wir diese Runde auf jeden Fall noch. Ich würde jetzt aber, da die Runde bzw. diese Folge jetzt schon angefangen hat, eher noch ein bisschen so die kleinen Dinger abfrühstücken, dass ich jetzt sagen kann. Dann habe ich gerade einen Dingtrupp frei. Ah, ich darf endlich Ding. So. Und der ist natürlich wieder zu weit weg, dass ich da, ja. Also eigentlich würde ich gerne hier erst nochmal scouten, dass der Weg auch wirklich frei ist. Aber dann müssen wir es halt notfalls in zwei Runden machen. So. Jetzt gehen wir erstmal hin. So. Dann nehmen wir erstmal unsere Panzerunterstützung hier und machen damit auf diese Luftwaffeneinheit. So. Selbes Spiel gerade nochmal. Probieren wir es. Okay. So. 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 Wart mal, aber ich kann mit 300, also lang im Liebkaufsverdäumt 61. Schade. Fast lang trotzdem hab ich euch. 60 Treibstoff habe ich. Bumba Angriff Flug. So, hier ist ne Flak. Da ist irgendwas und da ist irgendwas. Da hinten ist die zweite Flak, okay. Das ist der blöde Sanne-LKW jetzt auf den Haufen. Ich würde sagen, Problem ist jetzt natürlich, wir haben zwei Panzerabwehrstellungen und ich habe jetzt natürlich, weil ich mit Panzertruppe unterwegs bin, hauptsächlich Panzer. Ich würde sagen, wir schleichen uns da einmal hinten rum. Ja, dann stellen wir den, den stellen wir erstmal hier drüben ab. Halt mal runter. Ey, wir müssen uns jetzt noch ein paar Mal schauen. We're going to do, lad. Jetzt geht es weiter. Es kommt auf den anderen. Hier geht's. Hier geht's. Bezahe, die Läse-Buggers. Bereit werden Sie zu destoieren, ein riesige Fähigkeiten? Der Herr Schlepp ist hier. Gehe zu den Platz. Gehe zu Ihren Angriff. Das war's für heute. Die Infanterie, die Verlust sind hier! Kommt! Da ist der Mörder hin. Der Mörder hat sich natürlich auf die andere Seite verkehrt. Die Infanterie-Squad peaken über uns. Kommt! Nimm den Scheiß-Ding! Bringt den Panzer ab, der da kommt! Mach jetzt endlich, die ist kaputt! So, jetzt ist das. So, jetzt ist das. Jetzt ist das. Jetzt ist das. Jetzt ist das. Mach den Mörder weg! Jawohl, ja! Mach den Mörder weg! Jawohl, ja! So, eine Flak 36 Stellung haben wir weg. So, dann... Einmal den Mörder-Double-Manne wieder. Danke sehr! Ja! Ja! Okay! Wir können jetzt das. Einmal da hinten rumlaufen. So, die zweite Flak-Stellung war ganz da hinten. Das heißt, wir ziehen unsere Truppen mal bis dahin. So. Wenn wir hier sind, langt mir das. Ja, das langt mir. Auch gleich mal auf. Ja, der MED-LKW kommt da her. Oh! Oh! Oh, jawohl! Treffer! Okay, da kommt der Ding. Jawohl! Jawohl! Rauf! 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 So, die Flak-Stellung ist weg. Okay. Let me guess. We should see the other guy. Gut, damit wären die zweite Ding weg. So, repariert dann nochmal kurz durch. So, repariert dann nochmal kurz durch. So, Luftwache einhalten hier. Ich bin sicher. So. Dann nochmal. So, jetzt tippen wir eigentlich einen. Die sind hier mit dort. Ah, jetzt kommen wir schon da noch. So, da der Frieser wahrscheinlich in diese Richtung fügt ja wohl. So, dann haben wir eine rechte Bombe angestellt machen. Was? Das ist eine komische Bombe, ich habe jetzt gedacht, der wirft in eine Reihe, jetzt wirft er hier drei. Okay, und er wirft, er hat sauber um den Bunker drum herum geworfen, eine hier, 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 hier. Dann halt doch so auf die altmodische Art. Ich habe jetzt gedacht, der Bombe, der jetzt einmal schützt, aber nein. Oh nein. Good. Okay. Most valuable player, Royal Agentier Section. Jawohl, ja. Dann haben wir die auch. Oh ja, den brauchen wir auf jeden Fall. Und ihr nach da hin. So, ihr habt jetzt schon gezogen und dem wir euch da angereifen haben lassen. Churchill 4 Panzer. Churchill Black Prince. Sämtliche Fahrzeuge beginnen, deren Säure auf die Randstuhl. Das ist doch jetzt mal ein Ding. Verstärkte Pioniere, erhöht die Truppe der Royal Engineers um eins. So. Und hier haben wir ja im Prinzip schon alles. Hier bräuchte man jetzt eigentlich eher einen MG und einen Mörser würde ich fast sagen. Und dann die beiden. Und dann können wir das hier noch kaufen. So. Hier nehmen wir erstmal Serignola ein. Dann haben wir auch hier erstmal einen sehr guten Draht. Und dann nehmen die Briten direkt nebendran noch diese Artillerieeinheit kaputt machen hier. Jawohl, ja. So, dann würde ich sagen, nehmen wir diese angebrochene Episode und machen gleich noch diese mechanisierte Einheit hier weg. Dann ist die Aua aus dem Weg. Bei den Nummern, Jungs. Let's do it. All right. Wir müssen diese Ort abführen und halten, dann nehmen wir alle Reinforceungen, die die Leute unseren Weg senden. Geht los, Jungs. Wir haben die Initiative, aber sie haben eine starken defensivere Position. Die Tau ist auf der Weg. HFG-Team und ein Buttloader Rounds. Wenn ich jetzt ein bisschen schlauer gewesen wäre, hätte ich das MG gleich vorne an einem Kuh abgelaufen. HMG-Team deployen. HFG-Team. Ready. That's it. Points ares. Points ares. The boys are waiting. All right. Let's get that point buttoned up. Behaupten Sie den Territoriums Vorteil. Okay. Heißt, ich muss nur wieder die ganze Zeit Territorien einnehmen. VARs have been destroyed. Weapon Paradrops are ready to go. Pathfinders are on station. Come on boys. Capture orders. Oh yes, das ist schon los. Oh, ja, geht schon los. Let's get to it, fellas. Let's get to it. Take their sector. Ground's on. Got a nice little nest egg here. Keep that formation tight. Keep that formation tight. Get us out of here. Get us out of here. Get us out of here. Brass have sent us an anti-tank gun with some new field modifications they want tested in combat. It's supposed to pack a bigger punch, but there's some work to be done on the sites. Get on with it. Drop those crowd faster. What's the mission? Grenade. Move. Move, move, move. Damn it. Move it. Now. Don't set these fuckers. Now, come here. Now, come here. Look, shock, fellas. Once we capture that point. We've been told where we're clear to engage. All right, men. Stand by. Throw sticky box. We need pass-bunders on the boat. We need pass-bunders on the boat. We need pass-bunders on the boat. All in, squad. We need pass-bunders on the boat. You need to secure the area. They're saying hi, boy. We'll be over the target area soon. We're waiting on you. We're waiting on you. Capturing a new one. That's a go, boy. IP in sight. Air troops are inbound. We're inbound. We're in shock, you. Bazooka squad is equipped and ready. Bazooka team, secure that ground. Get on with it. Infantry reporting in. All in, sir. All in, concentrate on your own goddamn target. They have 200 points remaining. Captured territory. Sausage sack. Get ready to kick some ass, boys. We're late. That's on the money. Rounds are taking it personally. Oh, we have to get closer. Jump to it, boys. Ready, squad. Advance. Grab modules. We're up. Airborne squad. We've lost the weapon crew. We've lost the weapon crew. All dead. All dead. All dead. All dead. All dead. Well, it's keep here at the right now. Target chapters. Half.. So, Feind kriegt Reserven. Bin ich mal gespannt, was es ist. Ja, da ist der. Das ist uns. Auf der Beine ist es. Auf der Beine ist es. Die Deutschen sind zu 75 Punkte. Wartens in kommen. Wartens in kommen. Wartens in die Karte. Wartens in die Karte. Wartens in die Position. Wartens in die Karte. Keep firing. Das ist es. Sie haben nur 50 Punkte left. Anti-tank crew, die in der Aktion. Wartens in die Karte. Wartens in die Karte. Ha! Das ist ein bisschen... Keep up the pressure. They only have 25 points left. Let's move, let's move! We got work to do, bantupers. We got them. Enemy down to 10 points. Nebelwerfer außer Gefecht. All right, men. Mission accomplished. Let's get out of here. Hit the fuckers. Okay, wir haben den Territoriumsvorteil. Aber wenn wir jetzt natürlich... Copybombing run in coming. ETA right fucking now. Ja, okay. Ich halte so. 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 Gut. Time for some action. So, yes sir. Kann ich das... Jo, bisschen Stellung vielleicht noch von hier weg machen. So, jetzt pass auf. Jetzt gehen wir hin. Jetzt haben wir doch hier unseren Bomber. So, kann ich jetzt mit dem einmal das hier bombardieren. So, General Morton befürwortet unser Verhandeln nicht, aber General Buckram macht's. Warte mal. Fügt bei Eroberung eine kostenlose Flugabgeschütze. Senkt die festen Kompanietransport an Seehäften. Sichert Buckrams Unterstützung bei ihrer Schlussoffensive, um die Winterlinie zu durchbrechen. Sichert Nordzens Unterstützung. Senkt Treibstoff- und Munitionskosten aller Flugzeugfähigkeiten. Erhöht Menge an Treibstoff, die durch Nachschublieferung produziert wird. Informationen von Zivilisten. Enigma-Dekodierung. Okay, also auf jeden Fall müssen wir noch ein bisschen mit Ding machen. So, dann würde ich jetzt sagen, nutzen wir diese Episode noch. So. Legen wir uns mit dieser Infanterieeinheit noch an. Alle Siegmarken einnehmen, okay. Probieren wir unser Glück. Ich hätte erst nach rechts laufen, so da. Aber egal jetzt. Eine Infanterie-Sektion von Tommys wurde trainiert. Geht uns nach da hin. Geht uns nach da hin. Einige ich mich. Geht uns nach deiner Position. Nachdem Sie die Lautstunde nahe. Gute Zivilisten in den Dauer. Seine. Augen öfter. Gute Zivilisten in die Position. Das ist der Infanterie-Sektion, trainiert und bereit. wir haben schon wieder den und der hat gesessen ja wohl ja Always did instructions, hold the position! Cavalry can't be too far off! Vehicle needs a heading! Here we go, lads! Unter the breach! The Krauts have got heavy artillery support! Take those guns out! Let's go! We're ready to go! Enemy infantry, get it short! See that! Bloody machine gun! Get out of his range! Pressing to the counter force, sir! Chuck us and flip with the infantry still with us! Grenade on that target! Dinko! East from line! Down the enemy Lawrence! Oh, this is getting unfriendly! Whip in! Alter, die machen das mir echt nicht einfach hier! Einfach das Ding! A don andes, they're going off! Der wird noch gut! Ah ne... Es kommt von mir! Deine Brine! Wren die Hände! Ich hab das! Ah, kann es denn? Die Brine! Ich bin halt eine Wurst! Der hat eine Wurst! Der hat eine Wurst! Oh nein! es ist ziemlicher nicht kommt man an die einzelne dinge an ich müsste es mal einnehmen we're losing ammunitions points to enemy action so kommen auch normalen das ist schon überall frechsetzen mit dem mit mgs hasher am anfang Das ist ein Tank, auf Lend-Leist Das ist ein Tank Was ist das? Das ist ein Tank Okay, wir sind hier noch mal nehmt. Was ist denn da? Engines auf dem Blink! Send her! Get an Ansi! Steffin, beggars! Kill them! I think he's right here. Weld us up! Yet to repair! Pay attention, lazy bugger! Schock, mach! We're moving out, Schock! What's that?! So... Oh... Firm, the enemy have 250 points left! So, we're not reminding... Okay! We're losing a victory point to enemy action! Oh... Ah... Victory point belongs to the enemy... Noch nichts, noch nichts. Peace, komm. A capture point is being overrun. What's that order? Dingo, in turn. We're going. That's enough. Grenade on that chopper. Stuart's lights tank. Tracked and ready. So, have we the blöde Artillerie. Artillerie hammer. So. Oh, come on, come on, come on. A fuel point is being overrun. To turn the tower, boys. Stuart, making tracks. Stuart has the commandment. The biggest are threatening a victory point. Help! Traverse them! I need eyes on the enemy. Stuart, making tracks. You should see the other guy. Come on, come on. Let's go. Radio crowd is singing and we're listening. Looks like their reserves are on the way. Let's go. Let's go. Eagle for the off. Combat patrol, boys. Steward. Repeat those troopers, pinned down. Infantry targets ahead. We're losing a victory point. Enemy take us! Hit us! Yeah, I'm coming, I'm coming. I'm coming. da bei die enemy has our victory point present to the county's force come on Oh verdammt, drei Stücks. Alter, jetzt wollen sie es aber echt wissen. Verdammt. Das ist gut. abzusehen als die dumme Mane Alter! Auf jeden Fall brauche ich eine zweite Dingwetter. Ah, mach ihn fertig, komm! Ah, wie will er. Okay, auf jeden Fall, der hat gute Arbeit geleistet. Es luft ab, der Geschütz hier. Ja. Ja. Ich brauch jetzt dann ja schon mal wieder den Hintenverlust. Ich kann nicht fahren und alles bitte zurück erobern, lass die mir machen. Ja, ist schon wieder drin. Ich mach dich nicht mehr. Das bedeutet für dich, Sie w Lambakts, sondern wir sind nicht der Gerrit! Ich bin auf zu einem Freund! Ich rücke ihn auf, ich bin auf immer mehr, was du sahst. Er ist auf! Wir richten euch! Die victory points wird nur aufgeräuscht. Steuart, Light Tank, tracked and ready. Hack it! Roll it out! We're losing a victory point to enemy action. Victory point lost. The enemy has control. Na drauf. Raus. So, jetzt da oben einnehmen. So, machen fertig. Einer noch. So, hold on. Radio's dead. Steuart crew killed. Oh, alter. Reload, as you like. Recall orders, lads. Securing enemy territory. They're being called ready. Come on! An infantry section is present and accounted for. Miss Eric Grady was on the press. The beggars are threatening a victory point. Back up, take it here! Down! Armour! Target the bastard! Kill that king! Time to march, boys. Come on! Victory point is in enemy hands. Damn. Nice. Mate, this is the real thing here. Let's go! Now, come on! Put your right back up, put your right back up, put your right back up. That's enough! We're losing a victory point. We're losing a victory point. Ja! Komm jetzt! Jawohl! Komm! Mach das Ding! Jawohl! Jetzt haben wir ein Panzerabwehr geschützt! So, wir haben durch das Panzerabwehr geschützt! So, wir haben durch das Panzerabwehr geschützt! Oh Gott! Let me guess! We should see the other guy! Proximity alarm! Our territory is under attack! Secure that equipment! Move! We got orders like... We got orders like... Irgendwie schaffen wir es! Irgendwie! Ready for action! Shift in position! Präsent to the captain! We'll risk you moving! So done! Order received! We will exit you! Komm! Granate und dann zurückziehen! Here! Cover his position! Crusader Cruiser finished! Roger! Royal Engineer! A victory point is being overrun! Enemy down to 75 points! We have them! Victory point under enemy control! Ich versuche mein Brashtorz! Ich versuche mein Brashtorz! Ich versuche mein Brashtorz! Ich versuche mein Brashtorz! Oikida! Oh Gott! Ich versuche mein Brashtorz! Ich versuche mein Brashtorz! Ich versuche mein Brashtorzer! Wir schützieren! Wir haben ihn! Siem den Brashtorz! Wir sind verämmel! Wir sind verämmel! Wir sind verämmel! And wir sind verämmel! Bis dahin, alles los. So, habt ihr repariert? Ihr habt repariert, gut. So, jetzt gehen wir. Gut, noch mal ein Panzerabwehrgeschütz weg, jawohl. So, jetzt haben wir sie, jetzt gehen wir in die Angriff. So, jetzt haben wir es langsam. Die noch wieder einnehmen. So, den Dingo den propfen wir jetzt auch noch. So, jetzt haben wir es noch mal eine Infanterie-Sektion zwischendrin, aber wenn wir es jetzt wahrscheinlich hinbekommen. So, jetzt haben wir es, das sah mal zwischendrin ganz anders aus. Was weiß ich, dass die Tierschaden? So, jetzt gehen wir auf die OTAN. So, jetzt gehen wir, noch die Beobachtungen. So, jetzt gehen wir. A neue Infanterie-Sektion ist bereit für battle. Das hat im Endeffekt dann doch wieder ein bisschen länger gedauert, als erwartet. Aber was? Dingo ist sogar das Beste, was ich diese Runde hatte. Ich hätte es gedacht, es war wieder der Steward. Aber gut, ich habe den gleich am Anfang gebaut und hatten dann das ganze Ding. Kann natürlich schon sein, dass er ein bisschen Schaden verursacht hat. Gut, also dann würde ich sagen, ich mache hier wieder wie immer einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis gleich Fans!